Wir haben ja diese kleine App programmiert, wo wir hier Personen hinzufügen kommen und dann wird hier in der Liste angezeigt. Und ich habe die Frage gestellt bekommen, wie geht das jetzt, dass ich hier Elemente auswähle, die dann entsprechend sozusagen rechts wieder ausgewählt werden. Also wie kann ich das selektierte Element hier wieder binden, dass ich hier Aktualisierungen machen kann und dass dann vielleicht auch automatisch alles wieder aktualisiert ist. Ja, das sehen wir uns jetzt gleich mal an. Also das, was wir brauchen, ist das selektierte Element aus der Liste. Das wollen wir binden. Also hier ist die Listbox und hier gibt es eine Eigenschaft, die heißt Selected Item und diese können wir natürlich binden. Und wir binden diese auf eine Person und die Person, die wir eben rechts gebunden haben, ist die New Person. Also die Eigenschaft New Person. Wir müssen natürlich das Item auf eine Person selektieren, weil auch die ganzen Item Sources Personen sind. Es gibt auch Selected Index, falls wir irgendwo sagen wollen, das ist das fünfte Element oder sowas in der Art. Also wenn wir das jetzt binden und die Applikation wieder starten, dann passiert schon mal hoffentlich wahrscheinlich was Tolles, nämlich wir können hergehen und können sagen, Max Muster ist in Sales, die Susi Müller im Backoffice und der Dev, Dave, Dave, Dev ist im Development. So, und wenn ich hier jetzt ein Element auswähle, dann sehe ich, dass rechts die richtige Person gleich ausgewählt ist, so wie es sein soll. So, einen kleinen Pferdefuß haben wir aber noch. Was ist jetzt, wenn ich jetzt den Max Muster hier habe und hier Max Mustermann schreibe, sprich der Wert aktualisiert werden soll, dann wird er in der Liste nicht aktualisiert. Wenn ich aber die Susi auswähle und sie ist Susi Müller und hier bleibt der Mustermann schon stehen, aber die Liste aktualisiert er nicht. Ja, kurz überlegen, warum aktualisiert er die Liste nicht? Die Antwort ist meistens, weil er es nicht weiß, dass er es aktualisieren muss. Und wie können wir ihm es mitteilen? Und in der Oberflächenprogrammierung ist die Antwort meistens durch ein Event. Ja, welches Event haben wir, dass die Binding Engine weiß, dass es etwas zu aktualisieren gibt? Ein Notified Property Changed. Und wer muss dieses Ein Notified Property Changed implementieren, wenn wir hier den Nachnamen ändern oder den First Name oder denn das Department einer Person? Natürlich die Person. Ja, wenn ich jetzt wieder das sozusagen mache, dann gehe ich hier hin. Die Person ist ein Ein Notified Property Changed. Ja, deswegen gibt es möglicherweise auch eigene Klassen, die für den Data Transfer sind, also zur Übertragung gegen die Datenbank oder so und eigene Klassen für die Anzeige in der View, weil wir da vielleicht bestimmte Interfaces haben, die wir so nicht wollen. Ja, und jetzt kommt wieder das Tolle. Aus den ganzen kurzen Eigenschaften werden genau die langen Eigenschaften. Ich mache das mal etwas schneller. So, was passt noch nicht? Wenn sich dieser Last Name ändert, ändert sich automatisch der Full Name. Wenn sich der First Name ändert, ändert sich automatisch der Full Name. Das heißt, im Race Property Changed brauchen wir nicht nur das, dass sich diese Eigenschaft geändert hat, sondern auch der Full Name. Nicht vergessen, denn ebenhin zeigen wir auch den Full Name an. So, dass diese Person kein richtiges Führmodel ist und daher Base Führmodel vielleicht nicht das richtige ist, von der Benennung ist mir vollkommen klar. Das sollte wohl besser heißen NotifyAbleObject oder so in der Art oder NotifyBaseObject. Und das machen wir jetzt. Steuerung RR. NotifyAbleBaseObject. Durch dieses Rename werden nämlich automatisch alle Verweise auch aktualisiert. Das heißt, auch hier ist es jetzt ein NotifyAbleBaseObject. Und auch das Führmodel ist kein Base Führmodel mehr, sondern ein NotifyAbleBaseObject. So, und wenn wir es jetzt wieder ausprobieren, dann sollte es eigentlich funktionieren, dass wir nicht nur die selektieren können, Max Muster, sondern auch automatisch aktualisieren können. Susi, Müller, Backoffice, AddUnter, Max Muster ist jetzt Max Muster Mann. Und wir haben hier den Max Muster Mann automatisch. Mann wieder weggegeben und der Mann ist auch hier wieder weg. Also, Selected Item einfach gebunden auf das Objekt, das wir haben wollen. Auch das Selected Item ist dann, wir binden hier eine ganze Liste, eine Observable Collection. Und wenn wir eine zusätzliche Eigenschaft bereitstellen, wo ein einzelnes Subjekt ist, nenne ich das selektierte, dann können wir das binden und dann funktioniert das auch. Gut, dann viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. gut, dann viel Spaß bei euch. Da restartet!